Hallo bei den Spielzeugtestern! Wir sind im Freizeitpark Floron angekommen, endlich. Ja, da wollen wir heute rein und das Wetter ist okay. Wir waren hier auch noch nie. Ich freue mich jetzt schon drauf, aber guck mal. Ja, so sieht das aus hier. Wir schauen einfach mal, ne? Also hier steppt echt nicht der Bär, ne? Aber das ist gut für uns. Als erstes sind die Wildroche waren, aber dann gehen wir als letztes raus. Dann sind sie nass. Ja, genau. Sonst werden wir bestimmt nass und dann müssen wir hier nass durch die Gegend dackeln. Hier muss man wohl ein bisschen aufpassen, ne? Also es ist wirklich total leer. Könnt ihr das sehen? Die Leute, die hier aus der Region kommen, ihr könnt ja mal schreiben, ist das immer so leer oder haben wir einfach Glück heute? Machst du dich lustig über meine Schritte? Da steht schon wieder nass. Macht nix. Wir müssen uns entscheiden. Es gibt gar keinen Rundgang. Oh no! Holzachterbahn, das klingt doch cool, oder nicht? Aber lass uns erst links rum, weil wenn das nachher, vielleicht wenn die Schule zu Ende ist und dann voller wird, dann ist da bestimmt viel los. Stimmt. El Toro. El Toro. Wir gehen zu El Toro, zur Holzachterbahn. So, und da ist die Wildwasserbahn. Aber das ist so eine Raftingbahn. Ich weiß nicht, ob die hier auch eine normale Wildwasserbahn haben. Wir werden sehen, ne? Zwei Enten. Das Ente. Und hier haben wir drei Ponys und ein Lama. Achtung, Tiere können beißen. Hallo! Eine Gans. Da. Ui, ui, ui. Die sieht aus wie die in London fast. Hier denkt sie auch, auf was gibt's hier zu gucken. Guck mal anders hin. Wir sind auf der ersten Achterbahn. Und jetzt geht's gleich runter. Ich muss euch festhalten. Die Mama schreit da vorne. Und das Kind und die Mama schreien. Das ist immer noch eine kleine Achterbahn. Ui, 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 ui. So, das war die Achterbahn hier. Das ist ja cool, dass man so dicht hier drankommt, ne? Wir gehen jetzt zur nächsten Achterbahn. Jo, vielleicht finden wir jetzt El Toro. El Toro. El Toro. Das war jetzt nur zum Aufwärmen, ne? Wahrscheinlich ist das hier El Toro. Nein. Dann gibt's noch die Achterbahn. Nein. Das ist keine Holzachterbahn. Hier liegt zwar Holz. Holz? Ja. Achterbahn. Also ist es... So eine halbe Holzachterbahn. Wir gehen jetzt durchs Loch. Ja. Und gucken wir da auf ihr. El Toro. El Toro. Oh, hi. Hier ist doch jemand drin. Ziegen. So, das ist bestimmt die Mama. Da ist ein Baby. Und keine Ahnung, dass auch ein Baby ist. Ja, das sieht jetzt nach Holzachterbahn aus. Es wird ein Foto. Es wird ein Foto gemacht? Da steckt Tiere von Weitem. Oh, guck mal da oben. Hallo. Hallo, little buddy. Guck mal, die ganzen kleinen Baby-Ziegen. Und die ganzen vielen Möppel. Oh, klingt die süß. Hallo Mama. Hi. Nom, nom, nom. Oh mein Gott. Da könnte man dran saugen. Vielleicht kommt ein wenig raus. Oh, wie süß ist die denn? So, hier steht groß, El Toro, rechts rum. Wir sind natürlich genau anders rumgelaufen, weil wir das Schild nicht lesen konnten. Jetzt schauen wir mal. Da oben drauf. Okay. Ja, das ist einfacher. Ganz knapp darfst du rein. Ganz knapp. Ich bin hier. Wir wollen uns jetzt erstmal stärken. Ja. Mit leerem Magen Achterbahn fahren ist auch doof. Aber mit ganz vollem ist auch doof, deswegen teilen wir uns was. Wir sind gestärkt. Und was machen wir jetzt? Auf eine andere Achterbahn. Auf eine andere Achterbahn? Ja. So, und Hannah würde hier gerne rauf, aber sie ist noch nie über Kopf gefahren. Und mir ist gerade so ein bisschen übel geworden. Ich glaube, ich werde langsam zu alt zum Achterbahn fahren. Das ist ein bisschen schade. Deswegen haben wir jetzt eine Kleinigkeit gegessen, in der Hoffnung, dass es besser wird. Ja, und ich denke, ich kann auch noch nicht über Kopf fahren, wenn ich mir erst was gegessen habe. Meinst du? Ja. So, da fahren sie runter. Warte, wo kommen sie denn? Achso, da. Dann machen sie hier die Kurve. Jetzt gucken wir mal, jetzt gleich sollten wir die Salto ran. Dann gehen wir mal einen Schritt zurück. Dann machen sie die Salto. Dann fahren sie da hinten, dann machen sie noch eine Salto. Ja, die drehen sich einmal, da ist so eine Schraube drin. Und jetzt machen sie gerade noch eine Salto. Und dann sind sie wieder drin. Ja. Und hinter uns ist noch eine Wildwasserbahn und vor uns anscheinend ein Spielplatz, wenn ich das richtig sehe. Und wir wollten eigentlich gerne hier mit der Bummelbahn fahren, aber die ist schon sehr langsam. Und der letzte Platz war leider besetzt. So, wir gehen einfach mal weiter und gucken mal, was passiert. Oh ja, eine kleine Bananenschaukel. Also eine kleine Schiffschaukel, eine Mini-Schiffschaukel. Und da ist eine kleine Raupenachterbahn. So hast du auch mal angefangen, Schnucki, mit einer Raupenachterbahn. Und das Betreten der Wasserfläche ist verboten. Das gilt für alle. Ich bin zu klein. Zu klein? Ja, verdammt. Wir dürfen nicht rein. Und hier ist ein Spielplatz mit einer Teppichrutsche. Die haben wir gesehen von der Achterbahn aus. Eine runde Rutsche. Und hier ist noch ein Baumhaus mit noch mehr Rutschen. Gar nicht viele Rutschen. Holz-Michel-Villa. Der sieht cool aus, das Haus. Wo gehst du durch? Durch das Teil. Durch das Teil? Ach, da ist so eine Tonne. Der ist wie so ein Hamster. Ich fall schon hin, ohne dass ich in der Rolle drin bin. Wo geht sie hin? Und tschüss. Also es sieht sehr cool aus, aber ich habe keine Ahnung, wo sie runterkommt. Also hier gibt es überall was zu klettern. Und hier gibt es eine Rutsche. Da könnten wir ja mal runterrutschen, ne? Oh! Doch! Ab hier beginnt der Märchental. Wo wir wieder draufdrücken, die ganz, ganz leise reden. Vielleicht reden sie hier ein bisschen lauter. Aber hier sitzt ein großer Drache. Mal gucken, ob wir den sehen können. Ob der auch redet? Oh! Doch! Das ist bestimmt eine Baby-Mama. Die passt nämlich auf ihr Ei auf mit ihrem Dino-Kind. Oh, haue! Ach, guck mal! Mit sowas bist du ins Schloss Thorn gefahren. Wie kommt man da denn hin? Muss man da hier runtergehen? Ja, muss man. Okay, dann gehen wir da runter. Und hier ist noch ein Karussell in so einem verwunschenen Schlösschen. Ja. Schlittern wir mal hier runter, ne? Huh! Oh, das sieht aber lecker aus. Da hinten das Schobu-Ding mit den Sahnehäufchen. Ach, der gestiefelte Kater. Wo ist er denn? Ach, da. Hier geht es zum Urzeitdorf und zum Freefall Tower. Und es ist auf jeden Fall sehr hübsch gelegen hier. Mitten im Wald. Und hier ist so ein kleines Bächlein. So ist es eigentlich ganz hübsch, ne? Aber es gibt nicht so richtig einen Rundweg. Also wenn man hier zum ersten Mal ist, ist es so ein bisschen kuddelmuddelig. Wir müssen uns erstmal hier so ein bisschen durchwuseln. So, da sind die Floße. Aber das ist wahrscheinlich nicht so spannend, ne? Wer kräht denn da so? Ist das ein echtes Tier? Oder ist das aus dem... Bist du sicher? Ach, hier. Das soll der Papagei sein. Wir haben uns jetzt mal für die Floßfahrt entschieden. Ja, weil ich möchte auf dem einen Floß rausgehen. Das ist auch wie ein Schlosstor, wo man sich rüberziehen muss, ne? Hinter uns sind keine Endgelände. Echt? Habe ich das mit drauf? Nein. Oh. Also da muss man sich rüberziehen. Die Frage ist, ob du das schaffst, wenn ich mit draufstehe. Ja. Und da kommt man nur hin, wenn man hier mit dem Floß fährt. Also fahren wir jetzt... Ja, oder wenn man direkt über das Floß rüber geht. Oder rüberspringt. Ja. Also fahren wir jetzt eine Viertelstunde. Oh, oh. Hello. Hello. Ihr Süßen. Hallo. Der sabbert sogar. Warum sabbert der? Warum kommt da Wasser raus? Hier stehen überall etwas ältere Dinosaurier. Das ist so eine richtige Oma-Opa-Fahrt, ne? Zum Runterkommen. Die Enten sind aber irgendwie verschwunden. Eben waren sie noch da und jetzt sind sie weg. Da hinten? Ja, jetzt sind wir weg. Der war aber echt schnell, ne? Oder wir sind echt langsam. Ich glaube, es hackt das. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Der hat tatsächlich gespuckt. Oh. Habt ihr das gesehen? Der Eiszeiten-Mensch hier. Hast du ein Krokodil gesehen? Ja, aber ich habe keins gesehen. Da, jetzt habe ich es gesehen. Ja, und da kann... Siehst du? Das habe ich vorhin gar nicht gesehen, obwohl wir da langgefahren sind. So, Hannah muss jetzt unbedingt, obwohl da drüben ein Weg ist, will sie jetzt unbedingt hier das Floß rüberholen. Ja, und du weißt, dass du nicht viel weiter zurück kannst, ne? Ich weiß. Ich zweifel. Jetzt ist ein heuchter Aufflug. Okay, okay. Vielleicht sollte ich zuerst aufsteigen. So, Hannah hält fest. Oh, ich bin drauf. Oh, jetzt müssen wir gleich rüberspringen. Warte, halt du die Buddel diesmal. So, komm rübergehüpft. Was ist das? Ein Falter. Gut gemacht. Danke, Frau Floßfahrerin. Wir müssen nach da hinten. Wieder rüber. Und dann gehen wir nach da links. Wegen es eine, die den Plan hat. Also, es ist ganz kurz. Da. Ja. Ein Mammut. Die sind doch süß. So, bis da geht der Freefall Tower. Und überall gibt es diese kleinen Märchenstuben. Oh. Hannah mit seinen drei Söhnen. Sie sind mehr schlecht als recht. So, und hier kann man noch mit Enten fahren. Oder Würmern oder Tieren halt. Würmern? Hier ist das eine nicht ein Wurm. Oh, da hinten sehe ich was Cooles. Da will ich mitfahren. Da vorne sind noch mal ein paar Ziegen. Und da wollen wir gleich noch mal rein. In den Drachenwirbel. So einen Hals muss ich bei dir auch manchmal machen, damit ich alles sehen kann. Ne? Und jetzt gucke ich mal, wo Hannah ist. Ich denke, bei den Ziegen. Und ich hatte recht. Sie ist bei den Ziegen. Und hier wird gerade Großreine gemacht. Mäh. So, Mittagszeit. Es gibt noch was zu essen. Anscheinend Haferflocken. Aha. Wusste ich auch nicht. Ziegen mögen Haferflocken. Ja. Auf die Beine. Das war schon ein bisschen feucht. Ja, und jetzt fahren wir da hoch. Und jetzt geht's. Ich habe eine Polle auf die Brille bekommen. Hui. Wuuuui. Wuuuuh. 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 denn gut ich wäre auch gerne aber ich aber ohne brille sehe ich nicht ich weiß ich weiß ich weiß Hättest du mal gucken können, wer schneller ist, die Colaflasche oder du? Wir sind jetzt auf dem Weg zur Rafting-Wildwasserbahn und dann noch mal zu den Ziegen vorher, die haben es Hanna angetan, vor allen Dingen die kleinen Zicklein und dann geht es Richtung Hotel und eine Roomtour von unserem Zimmer seht ihr auf Mamas Kanal, Miss Cushy. Das macht Bewerbung für mich. So, hier gibt es was zu trinken. So kann man das natürlich auch machen, den Fuß auf dem Po vom anderen Baby abstellen, damit man sich besser putzen kann. Siehst du das? Also. Und der denkt, ey, langsam wird es unangenehm. Die sind schon echt süß, die kleinen Babys. Ja, da gab es vorhin frisches Heu, dann wurden die Ködel zusammengefiegt und hier steht trinken. Nom nom nom. Einer süßer als der andere. Hanna hat ein Loch gefunden zum Kraulen. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem Freizeitpark Blon. Mir hat es gefallen. Mir auch. Was fandst du am besten? Die rote und die Holz. Mit rote meint sie die, die über Kopf ging, wo sie die Brille immer abnehmen musste. Ich denke, das ist Nummer 36. Nummer 36 ist die Holzachterbahn da oben. Die fand sie cool. Die fand ich auch cool. Und das hier ist das. Ja, das ist die. Und die 45. Die 45. Wie heißt sie? Big Dipper. Big Dipper Dynamite. Dynamite. Big Dipper Coaster Dynamite. Für die beiden Daumen hoch. Ich fand alles ganz cool. Das ist ein süßer Park, muss ich sagen. Und die Wildwasserbahn auf jeden Fall. Ja, die fand ich auch cool. Und so nass sind wir gar nicht geworden, ne? Nee. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss.